Kannst du nicht lesen, da steht doch klar und deutlich, dass wir keine Werbung haben wollen. Ja, jetzt schau nicht so. Keine Werbung. Dir ist natürlich egal, ob Menschen darunter leiden, ne? Dir ist es egal? Du hast genau gewusst, dass wir diese Dinger nicht haben wollen, du hast sie trotzdem bei uns reingeworfen. Oder denkst du vielleicht, dass wir ständig den Handy an Wieter wechseln müssen, denkst du das? Was das für eine Zumutung war, all diese schönen Sachen zu sehen, weißt du das? Diese Drecksdinger mit den farbigen Bildern, den super billigpreisen aus den Supermärkten? Das ist ein ganz mieses Arschloch, weißt du das? So. Jetzt sehe ich da schon wieder so ein kleines Lächeln bei dir. Ist gut. Das 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 ist gut.